Ich lese aus Johannes Kapitel 21 Danach offenbarte sich Jesus den Jungen wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beisammen Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Cana in Galilea und die Söhne von Bethesdaels und zwei andere von seinen Jungen. Simon, Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihnen, so kommen sie auch mit dir. Dann hängen sie hinaus und stehen zugleich in das Schiff, und in jeder Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jungen nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihnen, nein. Er besprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werden wir finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Mängel der Fische. Da spricht der Jungen, den Jesus lieb hatte, zu Simon, Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon, Petrus, hörte, dass es der Herr sei, rötete er das Obergewand um sich, denn es war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jungen aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellenwein, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Tisch darauf liegen und bohren. Jesus spricht zu ihnen, weint her von den Fischen, die er jetzt gefangen hat. Simon, Petrus, stieg hinein und zog das Netz auf das Land. Voll großer Fischen, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jungen wagte ihn zu fragen, wer wüssten, denn sie wussten, dass es der Herr war. Dann kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso nimmt den Tisch. Das war auch schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jungen offenbarte, nachdem er aus den Toten aufgeregt war. Als sie nun gefrüßtet hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du dich mehr als diesen? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Als du junger warst, rührtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich rüten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott beherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, sprichte er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jungen folgen, den Jesus liebte, der sich auf dem Abendmahl an seine Brust gelehnt und fragte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, sprichte er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Junge sterbe nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Junge, der von diesen Dingen ein Zeugnis ablehnt und dies geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen